hallo und herzlich willkommen bei virtual studios und einer neuen folge kreativer ja wir sind im lager denn ich habe etwas eisen besorgt was hier noch so gerade durchläuft ist nicht mehr gut doch schon ein bisschen was aber sollte reichen deswegen auf jeden fall dranbleiben wir können jetzt nämlich jetzt die dächer kröften und 80 stück vielleicht passt ja schon wie gesagt aber das ist ja nicht der einzige tor aber schon so mit das größte jetzt ist doch langsam lägen ich nehme jetzt schon ein paar folgen mehr auf und da will das spiel immer nicht so wie es soll der halben drücke hier sieht auch irgendwie lustig aus ne kommen jetzt und das hat sich alle zwei meter hier rumspacken eigentlich fliege und versuche hier eine präzise landung durchzuführen hier haben wir ein dach fertig hier können wir gegen knallen zack zack müssen wir nur drauf so jetzt hier noch eins hin ja das wird schön ein theoretisch könnte man hier auch schon drauf verzichten ne kann man nicht können wir nicht können wir nicht machen wie gesagt ob hier noch ein dachfenster hinkommt oder so wird sich zeigen aber will ich jetzt nicht versprechen muss eigentlich auch nicht eine so eine luke siehst du gar nicht sag mal treff ich denn das loch nicht jetzt will er mich doch ärgern oder anders kann ich mir grad nicht erklären das hier noch zack zack finito ein hoher punkt nicht das größte ist auch gewollt dass die kirche also habe ich gehofft dass es nicht höher wird als die kirche guck mal ne sieht doch gut aus auch mit den blöcken gefällt mir ganz toll dann muss der nur noch ein bisschen wachsen bewachsen hier unten ein bisschen rumeiern da habe ich vorhin schon mal so ein bisschen rumgespielt hier so ein bisschen noch was so das aussieht halt wirklich wie ein fels der fels in der brandung worauf das dinge entsteht so wir sind aber noch nicht lange nicht fertig ich würde sagen wir brauchen nämlich hier dran weiter ich weiß halt nur nicht wie weit da bin ich mir noch nicht zu sicher ich würde ja sagen hier haben wir den soll ich hier mal ein zwei machen zwei mal ein lukiluki machen hier das ist wahrscheinlich auch total überflüssig wäre auch hoch wenn ich hier noch höher gehe als nötig aber eigentlich sollte das schon hoch sein naja doch ich werde hier einen drauf setzen drei fenster zwei fenster zwei fenster alle drei fenster so gefällt mich das Wo sind wir denn hier, jetzt sind wir schon hier, ok. Genau deswegen, also ich wollte ja hier ein bisschen weiter rüber gehen. Mal gucken nur wie weit wir müssen, aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal die Slaps dazu. Ohne die Slaps kommen wir da nicht weiter, aber will ich da auch gar nicht weiter. So, runter, rüber, links und rechts, wir haben ja vorbereitet, schon vor ein paar Folgen. Ich bezweifle. Wir nehmen alle mit. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Gefällt mir. Ein schöner abwechslungsreicher Turm, wie gesagt, da ist noch grün mit eingeplant. Gut. Dann passt das alles. Hier kommen wir auf eine angenehme Entfernung. So. Ach verdammt. Gut. 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 erstmal erstmal hier so abchecken. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Wie gesagt. Wie gesagt, ich bin ja vorbereitet, das sind alles A und O. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt. Mal hier mal die Ecke kurz abchecken. Zack. Und da hängt dann nämlich Sohnchen Nummer 2. 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ja, okay, dann haben wir wenigstens schon mal eine Entfernung, an die wir uns halten müssen. Ich rühre einen weiter, ist ja nicht wild. Kommen wir so hier rüber, setzen jetzt hier einfach mal hier mit zu, erstmal, gucken dann gleich, oder später, wie auch immer, wie wir das hier genau handhaben werden, tun, und täten. Wie gesagt, mit dem Holz hier ist eigentlich auch überflüssig, weil das muss man hier ein bisschen höher setzen, alles, obwohl eigentlich auch nicht, ach, ich weiß noch nicht, alles ist nicht so einfach, plupp, lass mal wieder zum gucken, passt, nicht, warum nicht? Was ist hierher? Ach, deswegen, das Stabigen passt das nicht, so. So muss das sein. Genau. Wie gesagt, hier eins, ein großes Fenster. Ne. So. Eventuell. Man weiß es nicht. Ich auch überlege, warte mal. Müssen wir das anders machen? So. So. Dass ich jetzt nicht nochmal alles von vorne machen muss. Dahin, dahin. Dann haben wir hier eins. Ich mach das so. Dann mach ich hier einen raus. Dann mach ich hier mein großes. So, passt auch. Zack. So, so. 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 Und so. Genau. Irgendwie läuft das immer. Okay. Es wird ganz schön dunkel hier. Ein bisschen Beleuchtung. Ein bisschen Beleuchtung. Jetzt ist es die Frage aller Fragen. Den nehme ich mal raus. Ein bisschen Peakstone müssen wir hier auch mit einsetzen. So. Jetzt müssen wir das so machen. So. 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 Jetzt müssen wir das so machen. Jetzt müssen wir das so machen. Ich glaube so kommt besser, nein gefällt mir hier nicht genau, kommt weg. Ja so ist besser. Ups. Sieht besser aus. Zack, zack. Jetzt muss ich hier auch einen Abschluss setzen. Ja doch ist richtig. Das heißt hier lang, hier lang, hier hoch. So. 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 So und so und so. So. Passt. Ja, sieht schon mal nach was aus. Okay, jetzt die Wand noch zu. Damit wir hier auch was sehen am Ende des Tages hier. Wir wollen ja auch wissen, ob wir was gemacht, geleistet haben. Und da finde ich, ist so eine schöne fertige Wand doch was angenehmes. In hoch. Ach ne Burg, die kann auch ruhig ein bisschen höher sein als so diese normalen Gebäude, auch die Zimmerchen und sowas. Ist ja auch etwas, was ich ein bisschen anstrebe. So. Läuft. Passt, wackelt und hat Luft. Waren meine Taschen leer? Jetzt nicht mehr. Jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter. So. Gucken. Am besten ja bei diesen Höhen hier. Drei. Die vorne glaube ich nochmal am besten. So. Nein. Wir haben genug, um uns zu hoch zu bauen. Eins. Was? Passt schon. Ich ziehe jetzt wieder die Slips ran. Ich überlege nur, ob ich hier, ne eigentlich, ich finde die Steine hier glaube ich ganz praktisch, weil das Holz, also hier werde ich jetzt ein anderes Dach bauen, nicht wie da, sondern wieder ein bisschen auf das Stroh zurückgreifen. ein paar verschiedene Elemente halt. Ein paar verschiedene Elemente halt. So. Ja, das Leben ist so doll. Ich überlege nur, ob ich bis rangehe. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Heißt, hier können wir auch einen ran. Boah, ich könnte gar nicht aufhören mit Bauen hier, ey. Juhu. So einen Spaß macht das gerade. So. Passt. Sehr schön. Jetzt haben sie auch hier rüber geschafft. Geil. Also mir gefällt es. Ich weiß ja nicht wie es mit euch steht. Aber mir gefällt es. Dann kommt hier das Dach. Das geht dann ungefähr bis da. Dann passt das ja auch von der Höhe so. Und hier halt auch wieder diese typischen Fenster rein. So. Na gut, da weiß ich noch gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Ein fetter, hoher, langer Gang. Rein theoretisch könnte man jetzt hier auch sagen Zaun. Und wieder ein bisschen Holz mit rein zu bringen. Und guck mal, eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 3, 4, 5, 6. Passt nicht. Schade. Es wäre nicht ganz die Mitte geworden. Das müsste höchstens die Brücke unten noch verlängern bis hier. Aber ich glaube, da zieht... Ja, obwohl... Könnte auch Stil haben, wenn ich die Brücke verlängere auf hier. Wenn ich mal ehrlich bin. Also da... Jetzt müsste er da kurz noch mit mir durch. Die Ecke geht runter. Also 1, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3. Aber hier hat er es wieder mit diesen Claims, glaube ich. Genau, so ist richtig. Ja. Das ist jetzt hier einversetzt nach hinten. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Geht ja sonst nicht. So, so. 2, das kann dann alles raus. Lassen wir das mal ein. Wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir es wieder hinsetzen. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist auch geil. Wenn ihr denn noch hier unten drunter... Ja, ich glaube, ich mache das so. Dann passt das auch perfekt zu den Fenstern. Ah, warum kam ich nur auf diese dumme Idee. 2, 1, 2. 1, 2, 3. So, blödste nicht, aber egal. So, weil... Der hier so. 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 So, ganz schnell. Komm, ich beeile mich auch. Wir ziehen beide gleich die Zettel hoch. So, 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 so. So, 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 so. wo? Der bleibt, der kommt weg, okay. Zwei. Drei. Das wird. Vor allem baut sich das hier gerade ein bisschen schneller. War ich den jetzt hingepflanzt? Keine Ahnung. So. Da kommst du erstmal raus. Also weg. Ganze Brücke ein bisschen verlängert und wie gesagt, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da drunter durchlaufen könnte. Kann, wie auch immer. So. Bis hier hin. Hier nicht so weit. So. So. Der geht ja so bis hinten ran. Also hier eins und hier durch. Hier ein schwatter. Ein schwatter Block. Ich wollte schon sagen. Irgendwie hatte da gerade was gefehlt. Aber war wahrscheinlich wieder ein kleiner Bug. So. Ein kleiner Käfer. Dicker Gang auf jeden Fall. Dicker Gang auf jeden Fall. Dass wir hier nur schon wieder einen Fehler gemacht haben. oder? Oder? Oder auch nicht. Ne, passt. Dann kommst du mal weg. Das mutiert mich hier. So. Ich würde mal sagen, was will ich mehr? Ja. Die Brücke ein bisschen verlängert. Ja. Die Brücke ein bisschen verlängert. Die Brücke aufgebaut. Wie gesagt, jetzt noch das Dach da drüber. Dann wirkt das Ganze schon wieder noch mal einen Ticken anders. Ne. Gefällt mir gut. Ich hoffe euch auch genauso sehr wie 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 es mir gefällt. So. Und dann würde ich mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Abo, Däumchen, Kommentar. Bis dahin.